Ferien in Hotdog-Hausen. Immer noch kein Zeichen von Savi und Raj. Ich freue mich, Sie zu sehen. Wir hatten so viel Spaß auf Ihrer Hochzeit in Indien. Ich bin so aufgeregt, dass Sie unsere kleine Stadt besuchen. Oh, Junge, da sind sie. Los, kommt! Hallo, Micky und Freunde. Willkommen in Hotdog-Hausen. Es ist so schön, euch alle zu sehen. Wir wollen euch so viele Dinge in unserer Stadt zeigen. Wir sind auch schon so gespannt darauf, gleich nachdem wir die riesige Essensskulptur im Hotdog-Hausener Kunstmuseum gesehen haben. Wisst ihr, Raj und ich lieben übergroßes Essen. So haben wir uns kennengelernt, als der Neu-Delhi-Delikatessen-Laden ein riesen Jalebi gemacht hat. Es war Liebe auf den ersten Biss. Äh, Blick. Wenn wir in der Welt unterwegs sind, machen wir immer Fotos von riesigen Essensskulpturen. Wie der berühmten Sarasota-Sellerie-Skulptur, dem riesigen Donut in Hollywood und der schiefen Pizza von Pisa. Ich krieg schon Hunger, wenn ich sie nur sehe. Aber natürlich hab ich immer Hunger. Ja. Heute enthüllt das Kunstmuseum um eine nagelneue, extragroße Essensskulptur. Die goldene Brezel. Oh, Junge. Also die muss ich sehen. Los, kommt. Gehen wir zum Museum. Sofort. Wir sind da, Freunde. Das Hotdog-Hausener Kunstmuseum. Sind sie verletzt? Alles gut. Nichts passiert. Wir Museumswächter sind hart im Nehmen. Woho! Ich hoffe, ihr wollt heute nicht ins Museum. Oh, ehrlich gesagt schon. Oh je. Das tut mir leid. Das Museum ist geschlossen. Geschlossen? Wir hatten einen wirklich schweren Kunstunfall. Ein Aquarium gefüllt mit Zillionen Murmeln ist kaputt gegangen. Vielleicht, weil ich mich dagegen gelehnt hab. Also, bis ich das Chaos nicht beseitigt und alle Murmeln gefunden habe, ist es im Museum nicht sicher. Das ist ja furchtbar. Wir sind extra aus Indien gekommen, um die Kunstwerke zu sehen. Und heute ist unser letzter Tag. Wir reisen morgen ab. Was soll ich euch sagen? Versucht's später nochmal, wenn ich hier fertig bin. Ich bin so enttäuscht, dass wir nicht ins Museum können. Wir hätten's fast geschafft. Wisst ihr, wenn ich traurig bin, lenke ich mich von meinen Problemen ab und denke an was anderes. Dann gehe ich zu meinem Lieblingsplätzchen. Dem Baum der Ruhe. Hier kann ich mich retten und strecken und finde Ruhe und Frieden. Oh, das können wir wirklich gebrauchen. Dann folgst meinem Rat. So, wenn ihr euch zusammenfaltet wie ich, können wir mit der Meditation beginnen. Ich hab mich schon zusammengefaltet wie eine Brezel. Oh, wie die riesige goldene Brezel im Museum. Ich hoffe, wir können sie noch sehen. Ich auch. Deswegen sind wir doch hier. Wir dürfen sie nicht verpassen. Macht euch darüber keine Sorgen. Guru Gufi hilft uns unsere Gedanken zu reinigen und an etwas anderes zu denken. Wie ich immer sage, es ist gut runter zu kommen. Sich umzusehen. Neue Erfahrungen liegen direkt vor euch. Ja, ich spüre sowas wie eine sanfte Brise. Alles ist so friedlich. Oh, seht euch den Schmetterling an. Er ist so wunderschön. Und seht euch diese farbenfrohen Narzissen an. Sie sind so narzissig. Oh, ich höre das Zwitschern von süßen Baby-Piepmätzen. Oh, sie sind in einem Nest mit ihrer Piepmatz-Mama, oben im Baum der Ruhe. Hoh. Ach-, Hoh-, es sind in einem Hallen Die палmange, oben im Baum der�ge Hiessen. Wo ist das? Ich habe noch niemals geangelt. Oh, sehen wir ihm zu. Faszinierend. Halt durch, Donald. Ich hab dich gleich. Hol ihn an Landrat. Ich helf dir. Gern geschehen. War das aufregend? Ich wollte schon immer angeln. Ich auch. Das Leben in Hotdoghausen ist ja so aufregend. Können wir ein Selfie mit einer nassen Brezel machen? Ja schon. Cool. Selfie-Zeit. Apropos Brezel. Vielleicht ist das Museum wieder geöffnet und wir können die goldene Brezel sehen. Nichts wie hinten. Können wir uns mal die Brezel zu öffnen? Jetzt bin ich aber gespannt. Oh ja. Wir haben Glück. Das Museum ist geöffnet. Übergroße Essenskunst. Wir kommen. Ameisen. Ameisen. Ameisen? Tut mir leid. Wir müssen schon wieder schließen. Ich bin dummerweise gegen ein großes Terrarium mit echten Ameisen gerannt. Und jetzt sind sie überall. Ameisen gerannt. Bei meinem Brezel. Hilfe! Ich möchte, dass ich wegkomme. Aber nicht auf die gewöhnliche Art. Sie laufen Richtung Spielplatz. Los, kommt. Ah! Ah! Daisy, ist alles in Ordnung? Nichts passiert. Nicht zu fassen, dass wegen dieser kleinen Biester das Museum schließt. Dann werden wir es wohl doch nicht schaffen, die goldene Brezel zu sehen. Das wär schade, denn die ist super. Aber vergesst nicht, kommt runter. Seht euch um. Neues gibt es überall zu sehen. Ja, da hast du recht. Das ist ein wunderschöner Ort. Mit einer wirklich herrlichen Rutsche. Ich fühl mich wieder wie ein Kind. Gibt mir jemand Anschwung auf der Schaukel? Oh, wie wunderbar. Was mit? Na dann mit Schwung. Wow! Wow! Ruby und Donald, ist alles in Ordnung? Juhu! Was ist das hier? Der alte Abwasserkanal. Niemand weiß mehr, wo der Kanal hinführt. Was ist das für ein Krach? Eine Murmel? Da! Das sind doch die Murmeln aus dem Museum. Oh! Goofy, Donald, geht's euch gut? Ging uns nie besser. Das ist ohne Spaß. So was Verrücktes. Das ist eine richtige Untergrundwelt. Das ist eine Höhle voller Wunder. Sieh doch. Och, unglaublich. Das sind die Knochen eines uralten Goofasaurus. Hm, hübscher Kerl. Hör auf. Stell dir vor, wenn das Museum heute geöffnet hätte, hätten wir diese tollen Dinge niemals sehen können. Quackers, weiß vielleicht jemand, wo die Murmeln uns hinführen? Hey, da ist eine Tür. Eine Tür? Hey, hat jemand geklopft? Oh, ihr seid das. Ich hab mich schon gewundert, wer am Hinterausgang ist. Oh, und hier ist ja auch der Rest von meinen Murmeln. Wenigstens sind's keine Ameisen. Wow, der Kanal hat uns zurück zum Museum geführt. Oh, können wir vielleicht reinkommen und die große Brezeln sehen? Naja, jetzt ist die Öffnungszeit fast vorbei und ich muss noch all die Murmeln aufsammeln. Bitte. Wow, unsere Freunde wollen unbedingt die Ausstellung sehen. Können sie nicht vielleicht... Ist schon gut, Micky. Dank Goofis Ratschlag runterzukommen, uns umzusehen und zu entdecken, was direkt vor uns liegt, haben wir heute viel mehr erlebt, als wir erwartet hatten. Ja, das war unglaublich. Wir hatten so viel Spaß, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn wir die goldene Brezel nicht sehen können. Äh, wisst ihr, ich lasse euch noch für ein paar Minuten rein, damit ihr einen Blick auf die Ausstellung werfen könnt. Oh, danke schön. Das ist wundervoll. Oh, jetzt seht ihr das an. Sie ist perfekt. Und hier sind auch eine riesige Ketchupflasche und ein Senfgefäß. Wow, wie toll. Selfie-Zeit. Wartet, ich mach das für euch. Micky, Minnie, liebe Freunde, wir brauchen euch auf dem Foto, um uns an unsere tolle Reise nach Hotdoghausen zu erinnern. Wow, das ist sehr toll. Gut, schön zusammenrücken und jetzt alle hübsch lächeln. Gut, sehr gut. Ich muss ein Stück weiter zurückgehen. Ähm, noch ein Stückchen. Noch ein klitzekleines Stückchen. Au! Na, sowas. Ich glaube, ihr habt etwas sein für eure Sachen. Schau Mickey Mouse kunterbunte Abenteuer im Disney Channel.